In der Atmosphäre der eigenen vier Wände möchte man sich vor allem wohlfühlen. Gerne beraten und unterstützen wir Sie dabei, Ihren persönlichen Stil zu finden. Mit umfangreichen Erfahrungen und einer Vorliebe für historische sowie moderne Techniken und Materialien sind wir ein kompetenter Ansprechpartner für die individuelle Raumgestaltung. Neben Polsterarbeiten und Möbelrestaurationen bieten wir Ihnen eine Vielfalt von Gardinen, Teppichen und Wohnaccessoires. Kommen Sie vorbei, wir stellen Ihnen interessante und stimmungsvolle Möglichkeiten vor.